Hallo! So, heute ist der erstmal ein schöner Knieklaus wünsche ich euch. So, wir haben heute den 6.12. und das ist der 5. Tag. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesen Fruity Nagellack abhabe und mir endlich meinen neuen Nagellack drauf machen konnte. Also ich habe mich wirklich gefreut, endlich diese Farbe abzumachen von den Nagellack. Ich fand die so schlimm. Und dann habe ich mich für einen Pink heute entschieden. Das ist nicht dieses Neon Pink, das ist so ein Pink mit ein bisschen Partikeln drin. Das seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber das ist eine ganz, ganz schöne Farbe. Ist das? Vielleicht da? Das ist so ein schönes Pink. Also mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Das sind zwei Schichten. Ich finde, das reicht. Ich glaube, das ist jetzt aus dem alten Sortiment ein Pink. Aber ich glaube, so eine ähnliche Farbe kriegt ihr im neuen Sortiment auch. Das ist die Nummer 90. I want that. Wow, meine Kamera fokussiert sogar mal ein bisschen. Das ist ja immer toll. Ja. Der fünfte Tag schon. Gestern hatten wir Halbzeit. Heute haben wir dann nur noch drei Tage. Und dann ist auch damit Schluss, jeden Tag einen anderen zu tragen. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.